Bleib mal zurück Kollege, du bist ein bisschen sehr nah dran. So genau so. Ja komm jetzt, haut einfach mal alle drauf. Gebt's ihnen dreckig. Bisher würde ich mal sagen, das sieht sehr gut aus. Aber mir ist ja noch nicht so viel passiert. Oh, guck mal, der ist in Nordland. Er kriegt aber auch noch seine fröhliche Wikingerfresser. Na, Kämpfer einmal bitte zurück. Lasst mal die Ferienkämpfer ein bisschen nachfucken. Sonst verzaubern die uns auch noch mit Furcht. Und die geben zwei Einheiten Blutrausch. Oh Gott, was sollen wir nur tun? Ach so, ja. Einfach drauf fahren. Schadet das stimmt nicht. Ich würde fast optimistischerweise sagen, das war's schon, gefühlt. Also er hat noch eine Armee, aber so wie wir vorankommen, wird ihm das auch nicht helfen. Weil ich hier doch sehr hart durchmarschiere. Okay, jetzt kommen ein paar stärkere Einheiten. Da müssen wir nochmal schauen. Na, Kämpfer zurück, bitte. Lass uns einfach die Ferienkämpfer regeln. Okay, jetzt kommt er nicht mehr vorbei. Gut, dann haut drauf. Okay, ich habe einige Kolüsse einstecken müssen. Oh, gut, jetzt kommt aber hier viel. Kommt leider so richtig viel. So, einmal bitte Naikämpfer wieder zurück. Und diesmal bleibt auf jeden Fall zurück, weil den Pfeilhagel, den können die sich schon einstecken. Okay, das ist ein ziemlich episches Gemützel, muss ich gestehen. Und wenn der Trupp muss dann nachgucken, ja, der ist schon ein bisschen was da. Oh, mein Hauptmann ist schon down. Okay. Ich werde doch mal ein bisschen etwas verstreuter hier sind. Okay, er fängt schon an, sich zurückzuziehen. Nice. Warum greifst du jetzt hier nicht an? Ist er dir zu nah oder was war jetzt das Problem? So. Schön weitermaschieren. Wie viele Naikämpfer habe ich denn noch? 42, das ist gar nicht mal so viel. Aber ich glaube, ich habe ihn schon so ziemlich. Ich glaube, ich kann es nicht. Brems. Brems. So, die Festung hätten wir auch. Wunderbar. So, wir haben eben die verlorenen Söhne wieder einfangen, wenn man die, die alle nicht in einer Gruppe waren jetzt gerade. Und hier oben hat er seine Kaserne und seine Wappenproduktion. Du findest keine Steine mehr, das glaube ich nicht, da sind doch noch welche. Ja, da ist die Kaserne und die Wappenproduktion, das heißt, wir können ihm hier sehr gut den Nachschub abschneiden an Truppen. Und haben es jetzt auch schon fast getan. Leider ist die Kaverde noch stehen geblieben. Na, können wir bitte einmal komplett zurückziehen. Komplett. Und ihr Bogenschützen und Blassspezialisten einmal vorwärts. Lass uns schön erstmal um die ganzen Truppen kümmern und dann erst unsere Nahkämpfer nachrücken lassen. Wo steht ihr denn auf neutralem Grund? Was ist denn der Quatsch? Noch ein paar Bogenschützen dazu, das wäre super hier an der Seite. Und das sieht doch schon richtig zucker aus. Ihr holt euch mal das Türmchen derweil. Ja, wie hat sich denn der Nahkämpfer da eingeschlichen? Nicht, dass der jetzt hier verstirbt. Aber er sieht gut aus. Und ich glaube, ich bin auch so ziemlich durch mit seiner Armee, würde ich jetzt mal schätzen. Da mal zurück. Drogenschützen einmal hier rüber. Da scheint doch noch ein bisschen mehr an Truppenstärke auf uns zu warten. So, ein paar streiten schon, weil wir keine Behausung mehr haben. Feiny. So, weiter geht die Butterfahrt? Ich glaube, wir haben ihn ziemlich platt gemacht. Ja. Ich glaube, das Ding ist durch. Was? Hat der Lümmel tatsächlich noch einen Soldaten von uns gekillt? Ich glaube es ja wohl. Habe ich jetzt eigentlich mal Munition hergestellt? Jo, habe ich. Und was haben wir uns denn eingesammelt? Ja, nice. Wird uns zwar nichts erbringen, aber ist doch trotzdem schön zu haben. So, dich reißen wir auch ein. Wir machen die Musik wieder an, auch wenn sie nur kurz anbleibt. Hör mal. Ich weiß jetzt gleich wieder durch Kampfgetöse. Räum's. Ach, all diese Ressourcen von ihm, die wir nicht nutzen werden. Schade drum. Aber gut, selbst schuld. Was meint er auch, sich mit uns anlegen zu müssen? Rums und weiter geht's. Wir marschieren direkt durch. Ohne weitere Umschweife. Boah, hat der viel Gold gebunkert. Dieser Lümmel. Boah, das hätte ich ihm gerne weggenommen. Das hätte ich ihm richtig gerne geklaut. Aber konnte ja nicht wissen, dass er auf so einem bestialisch großen Goldschatz hockt, wie so ein Drache. Das konnte ja keiner ahnen. Boah, ist das der letzte Turm? Nee, leider nein. Not yet. So, jetzt sterben ihm schon die Zivilisten weg, weil sie nicht rechtzeitig auf ein neues Land kommen. Das könnte es jetzt gewesen sein. Immer noch nicht. Och, du Lümmel, ey. Ach gut, da hat er ja auch noch was. Du Schweinchen. Ja, stimmt, wer mir die Küste erkundet. Okay, hier wird er... Ah, der hatte noch einige Türme. Okay, ein paar Minuten wird es noch dauern. So, kurz gucken, ob es hier oben das war. Ja, das war's. So, dann machen wir da den Bucke an. Oh, das ist die neue Truppen, schön. So, an der Westseite haben wir uns hochgeprügelt. Mit einer Ostseite prügeln wir uns wieder nach unten. So gefällt das doch. So, jetzt geht's. Wir hatten doch einfach nur das Ziel, den zu zerstören, oder? Würden wir überhaupt nicht haben. Wie kann das sein, dass immer 5 aus der Gruppe raus... Ach, ne, Quatsch. Entschuldigung, war doof, merke ich selber. Ich habe ja schon viel mehr Türmeer über Ort, und deswegen sind viel mehr immer wieder zwischendurch aus der Gruppe geflogen. Immer schön weiter prügeln. Aber für 2 Sekunden Musik aufgedreht. Bäm, Sieg! Ja, herrlich, Skinners! Wir speichern nochmal schnell. Gut, dann schauen wir uns mal die Statistiken an. Ja, er war mir fast 2 zu 1 überlegen, aber ich war deutlich stärker. Er hatte auch nur 80% Kampfkraft und ich hatte sogar 102% Verteidigung. Nice! Ihr Lieben, das war's mit Mission Nummer 2. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Da heißt es dann, wir gehen rüber zur Mission Nummer 3. Ihr Lieben, bis dahin. Tschüssikowski! Tschüssikowski! Bis zum nächsten Mal.